Heute mal ein kleiner Fitness-Tipp von mir. Ich bin zwar ein großer Fan von Übungen mit freien Gewichten, ich würde euch aber empfehlen, immer wieder auch geführte Maschinen einzubauen. Gerade als Beginner, um die Ausführung erstmal zu erlernen. Was bei mir aber noch dazu kommt, ist, dass ich gerade die Brustmaschine hier richtig gut spüre. Hört da also am besten auf euren Körper und findet selbst daraus, welche Maschinen ihr besser spürt, welche weniger und baut dann vor allem jene mit ins Training ein, wo es eben richtig brennt.